Leute, das Wetter spielt heute mal wieder nicht mit. Es regnet in Strömen und ich bin hier in Hattingen im Lichterpark. Es ist traumhaft schön hier und auch richtig schön leer. Natürlich, es regnet wie aus Eimern, aber ich hoffe, dass die Bilder und Videos trotzdem richtig schön werden. Also bis bald. Tschüss! Musik 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018